So, heute wird der Küstenflieger eingeweiht, der Lidl mit Flächenverwendung ohne Motor. Heute machen wir mal den Erststart. So, dritter Versuch, der Flieger ist easy to handle, der wird nur über einen kleinen Stift angelenkt, das Querrute, beziehungsweise Höhenrute und gehalten einfach per Magnet. So, also leicht zu transportieren und geht im Prinzip nicht defekt. Die Dalotel, elektrisch. Ganz gespannt auf den Erstflug oder Zweitflug. Jupp, sehr schön. Das ist im Rheinholz-Einkopf. Der Kallisto. Und ab geht's. So, die Dalotel ist scharf. Ja, ratenscharf. Ja, ratenscharf. Da. Ja, ratenscharf. Ja, ratenscharf. WDR mediagroup GmbH Sprung für den Film. Gut gemacht. Naja, drei bis vier. Haben wir Hosebein, oder? Ach du Scheiße. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Noch eine? Gut. Gucken wir mal, ob sie jetzt werfen. Ja, nett, dass alle guten Dinge drei sind. Auf so einer schönen gemähten Wiese. Hiiii. Huuu. Schön. Die Dall Hotel. Ah, wunderschön. Den hast du jetzt zwei Jahre, gell? Drei. 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 Drei.